Ich hab gehört, du hast geheiratet. Hast du ein Bild von deinem Mann da? Von uns beiden. Ich hab dir von ihnen geschrieben. Bekommst du meine Briefe? Ja. Ella, ich möchte, dass du noch etwas für mich tust. Ich hab nämlich eine Tochter. Ich möchte, dass du für sie sorgst, falls mir was passiert. Ich werd für sie sorgen. Das weißt du. Das weißt du. Das weißt du. Das weißt du. Bis zum nächsten Mal.